Achtung Basti! AAAAAA Ich bin die Ausstände Südwest Ich bin die beste Kavira, ich bin die Onspot Kavira Niemand kann mich besiegen Nur... Alle Leute Die dich besiegen wollen Okay, so Schauen wir in der Bibliothek oben Okay Die geht, glaube ich, Richtung Kompasshorn Hier sind zwei Leute Jaja Da ist noch einer, hier Wir haben keinen 10-Gegner gesehen Ja, einen, den ich getötet habe, habe ich auch nicht gesehen Ja, ich wollte die beiden so richtig geil flanken Jetzt spielt einer arm P Video Piu 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 So klingt meine Waffe Piu 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 Und wie klingt eure Also de- de Blitz ist die ganze Zeitnational Ganz hinten... nei! Ganz ganz hinten rein Ich pieg nicht Ich bug. Also Blitz ist eng die ganze Zeit. Oben drüber war grad... Oder? Nee. Nee, gar nicht. Lucas, ist deine Tür da offen? Der Dropper ist offen. Ja, an dem Droppens war Ash. Jetzt hier am Fenster aufgeschlagen worden. Ich hab die Ash oben. Von den Blue Stairs irgendwo. Nee, von Sunrise Bar hab ich. Hier ist ein Monty. Blitz ist das. Oder ein Blitz. I don't know. Weggejumped. Oh, bei mir ist es hier der Blitz. Also bei mir ist es... Was? Von wo securen die? Von, äh, zu. Fenster, Fenster, Fenster. Cool. Das hab ich gemacht. Ja. Der andere ist gerade oben rein. Hinter Telers. Äh, in dem Arc heißt. Okay. Da war Recruiter und... Cavera. Unglaublich. Ja, ich hör noch Leute. Ja. Guck mal, hier kannst du auch gut füsen. Nein. Das war so bald. Hier. Oh fuck. Ja, den Recruiten habe ich. Was war das? Dann tun wir rein. Was war denn? Da war ne Granate. 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 Ich weiß nicht. Bin nicht. Bin nicht. Bin nicht. Bin kein Russe. Nice. Ah, ist noch einer! Ach, da ist noch einer im Raum. Ja, der Valkyrie. In dem nach... In dem... In dem kleinen Raum da. Linke Seite. Linke Seite. Boden. Die Kiste. Boden. Good job. Nice. Die musste ja liegen, ne? Äh... Monty und Ash. Hinten ist einer drin. Potkander. Einer ist in der Trap. Einer liegt injured draußen. Sorry. Fack, er lebt wieder. Du musst dich hinlegen. Äh... Lukas hinlegen. Kann dann irgendwo runter erwischen. Schön, warte. Ach du, noch zwei. Ja, einer ist noch draußen irgendwo. Lukas, bleibt überhaupt Distanz bei dem Monty. Ich hab ihn. Okay, hier. Okay. Warte. Wie machen wir das jetzt? Warte, du gehst dahin, ich geh dahin. Warte. 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 Okay. Verletzt. 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 Okay, Twitch-Strom ist unterwegs. Kult ist bei mir hier oben. Oh, ich weiß nicht bei mir. Links hinten. Ja. Zwei Leute waren da doch in der Ecke. Hier ist noch einer der Lande ran. Guck mal kurz! Das war der Terror, Alter. Guck mal. Guck mal kurz! Schatz und go live. Bei einer immer noch Blurz auf ist. Immer noch Pult. Nice. st und inzwischen Weltkrieg haben wir irgendwo hinter uns mit der Nürnien in der Köln Karlsruhe das ist halt oben Puls und Kermit der und er war nicht in dem raum ist er schon gewesen sein ich hab die hedge das ist von oben auf mich ja ich habe ich habe er wird jetzt hier ist oben einfach Secure den Container Okay Sieht aus wie Switch und keine Ahnung Fuck Wir werden gleich pushen Ja Einer ist auch beim anderen, die gehen alle rein, die gehen alle rein Die haben Sensor steht noch das ist jetzt 5 Sekunden zu gehen Na klasse Nice Hier oben ist einer rausgerannt Achtung an der Bombe, genau Ist ein kleiner Spalt, wo man durchkicken kann Ich brauch mal Erde Ähm, Martin? Ja bitte Wollen wir mal versuchen hier im Kinderzimmer aufzusprengen, wo der Balkon ist Ja Ja Also du kannst da auf jeden Fall reingehen Ich habe jetzt hier oben erstmal nichts gesehen, du musst jetzt glaube ich nur Treppe aufpassen, links die Tür ist ja zu Geil 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 Jetzt müssen sie weg sein Jetzt müssen sie weg sein Jetzt müssen sie weg sein Jo Dann habe ich dich links abgesmatcht, jetzt musst du dich nur noch mal auf der Fahrrad fahren Okay, ich könnte hier aufmachen So im vier Sekunden Stay clear Reload Doch unten, Jäger Was? Ich hab den noch Apfelschissen in mir 15 Sekunden left Tente Tente Diffuser ist online und aktiv Okay, ich hab noch alles mitgenommen, was ich konnte Es ist nur noch das Mod Komm her, komm her, komm her, komm her Kann ich nicht mehr werfen Wir haben eine Drohne auf dem Diffuser Also ihr müsst da nicht picken Gerade ungünstig, ich ruhe gleich zurück Kommt hinten über die Stairs Aha, pingen wir jetzt Okay, pingen wir jetzt Okay, check der nicht Ja, dann pingen wir halt weiter Good job Ja, es ist einfach weggegeben Schön Gut Was ist sehr schön, du hast mich sehr schön gedeckt Ich hab alles gegeben Hehehe 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 Gut Scheiße Mit Geist Dann Es ist einfach